Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zu unserer Besprechung des Films Verrückt nach Figaro, der am 27. Juli in den deutschen Kinos kommt oder anläuft. Ich bin der Stu, ich habe diesen Film leider nicht gesehen, aber ich habe jemanden gefunden, der ihn gesehen hat, nämlich die liebe Schlöger. Hallo! Ja, ich habe den Film gesehen. Gut, ich hoffe, das geht nicht so weiter in der Besprechung, ansonsten haben wir ein Problem. Oh Gott. Gut, also Pracitia hat jetzt, glaube ich, schon wieder abgeschaltet. Das heißt, wir können jetzt machen, was wir wollen. Wir können auch nicht über den Film reden und stattdessen unsere liebsten Toast-Hawaii-Rezepte auspacken. Ja, Käse oben, Käse unten und welches Opernlied würdest du singen, während du den Toast-Hawaii in den Ofen schiebst? Denn wir haben ja diesen Film über eine Opernsängerin, den du nicht gesehen hast, aber ich schon. Möchtest du gerne die Moderation weitermachen und dann mir sagen, wie ich den Film zusammenfassen und ob möchte? Pass auf, da ich das Gefühl habe, dass ich im Grunde hier gar nicht richtig gebraucht werde, kann ich so viel sagen. Ich könnte die Synopsis vortragen vom Verleih, die habe ich nämlich hier vorgelegen und die ist recht kurz. Und deswegen lese ich sie einfach mal vor, damit ich das Gefühl habe, ich habe heute auch etwas getan. Und zwar in Volk nach Figaro geht es um eine brillante junge Fondsmanagerin, die ihren unbefriedigten Job und ihren langjährigen Freund verlässt, um in den schottischen Highlands ihrem Lebenstraum nachzugehen, nämlich Opernsängerin zu werden. Ist das so korrekt? Das ist fast korrekt, weil sie verlässt ihren Freund schon, aber sie verlässt ihn nicht, also sie macht nicht Schluss, sondern sie beschließt einfach, dass sie für ein Jahr mal in die schottischen Highlands zieht, um Unterricht bei einer miesepetrigen alten Opernsängerin zu nehmen. Und sie ist mit ihrem Freund schon noch zusammen, aber sie geht halt aus London raus in die schottischen Highlands, genau, für ein Jahr. Ist so ein bisschen wie bei dir, du hast ja den Titel schon auch verlassen, um irgendwo was anderes zu machen und bist dann auch zurückgekommen. Ja, ich bin in die Berge gegangen, habe mich unter einen Wasserfall gestellt und als ich zurückkam, haben plötzlich alle von Corona gesprochen, ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Ich hatte auch plötzlich zwei Kinder, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist und dann habe ich beschlossen, jetzt komme ich wieder zum Tele-Stammtisch zurück. So, genau so ist es auch in dem Film. Ja, das könnt ihr dann alles lesen in Verrückt nach Tele-Stammtisch, dass der wird dann irgendwann mal erscheinen. Aber jetzt geht es um Verrückt nach, ich will immer Mary sagen, nein, nach Figaro. Und ich habe im Vorfeld den Trailer gesehen, der sah ganz nett aus und, was ich aber toll fand, die Hauptrolle spielt Daniel MacDonald, die kennt man vielleicht aus so Filmen wie Patty Cakes. Eine, wie ich finde, ganz, ganz tolle Schauspielerin. Und wie schlägt sie sich denn so in ihrer, ich glaube sogar, ist es ihre richtig erste große Hauptrolle nach Patty Cakes? Ich kannte weder die Schauspielerin noch, kenne ich jetzt, wo du sagst, Patty Cakes, ist das eine Komödie, ist das eine Serie? Patty Cakes ist eine Komödie, da spielt sie eine junge Dame, die versucht, Rapperin zu werden, was aber erschwert wird einfach durch ihre Physis, weil sie eben nicht dem typischen Schönheitsideal angehört. Außerdem hat sie noch mitgespielt, Nebenrolle in Skin und in Bird Box, da hast du sie vielleicht gesehen. Ah, Bird Box habe ich gesehen, aber kann mich da nicht an sie erinnern, ist ja auch egal. Also in dem Film will sie ja dann auch Musikerin werden und zwar möchte sie, möchte ja Opernsängerin werden. Und die Rolle hat mir ziemlich gut gefallen, weil sie eine sehr starke Frauenrolle repräsentiert, die einfach zu dem steht, was sie machen möchte. Also sie sagt auch zu ihrem Freund irgendwann, du, das ist das, was ich machen möchte, also entweder unterstützt du mich da drin oder du kannst dich ins Knie ficken. Und das fand ich sehr erfrischend. Wortwahl, Yoshi, Wortwahl. Wir hören hier Kinder zu. Kinder, wenn ihr den Film Falling for Figaro gesehen habt und jetzt diese Besprechung hört und jetzt, ich entschuldige mich, dass ich hier euch weitere böse Wörter beibringe. Weitere oder überhaupt böse Wörter. Auch im Namen des Teleschampischen möchte ich mich entschuldigen und jetzt weiter mit dem Podcast. Genau, also ihre Rolle hat mir ziemlich gut gefallen, weil sie eben so eine toughe Frau ist, die weiß, was sie will. Ja, im Gegensatz zu ihrem männlichen Counterpart, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Wird er denn im Trailer gezeigt, lieberst du? Im Trailer werden relativ viele Counterparts zum nächsten Mal gezeigt und eine davon scheint auch so ein bisschen ihr, zumindest so geredet ist der Trailer, so ihr neuer Love Interest zu sein. Es ist ein Typ, der in einem Pub als Koch arbeitet und sie wohnt über diesem Pub und in der Nähe des Pubs wohnt auch ihre Gesangslägerin. Und dieser junge Mann, der diesen Pub da betreibt oder er, glaube ich, er kocht da nur, der will auch Opernsänger werden oder irgendwie sowas oder hat Gesangsunterricht. Ich wurde aus dem Trailer nicht so ganz schlau. Ja, nee, das ist im Prinzip schon richtig. Also sie kommt da zu dieser alten Opernsängerin, die natürlich ganz klischeehaft jetzt total verbittert da in den Highlands sitzt und früher mal eine Karriere hatte und jetzt sich mit Jungvolp abgeben muss, die auch überhaupt keinen Bock auf Studenten hat, aber die eben nehmen muss, weil sie irgendwie Kohle braucht. Sie nimmt die Millie auch nur unter ihre Fittiche, weil ihr eben sehr viel Geld von ihr angeboten wurde. Das weiß die Millie auch. Und als sie da ankommt, stellt sie eben fest, also Millie stellt dann eben fest, dass es noch den Max gibt. Das ist der andere Schüler, der da aber schon seit fünf Jahren ist, der eben auch gerne Opernsänger werden möchte, der da seit fünf Jahren wohnt und eben ein bisschen seinen Lebensunterhalt verdient, indem er in dem einzigen Pub des Ortes, der Ort scheint auch nur zwei Häuser zu haben, nämlich dann eben als Koch arbeitet und sie dann auch bekocht. Also die beiden, er ist so ihr Love Interest, aber gleichzeitig auch ihr Konkurrent, denn beide wollen den gleichen Wettbewerb gewinnen. Und es ist so ganz typisch für so einen Liebesfilm, sie hat ja eine Beziehung zu Hause, aber hat eben auch diesen Typ, der sie am Anfang total doof findet. Und was entwickelt sich daraus und wofür das hin? Darum geht es in diesem Film so ein bisschen. Aber nicht nur. Ich habe eine leichte Ahnung, wie es enden wird, aber das werde ich jetzt hier nicht aussprechen, denn wir wollen ja nie jemanden spoilern. Es sieht mir aber sehr danach aus, dass es wirklich so ein Film ist, wo ich glaube, dass du ihn später gesehen hast, dann weißt du schon ungefähr, was sich erwartet. Was nichts Schlimmes sein muss. Deswegen mal so ganz grob raus, wie war es denn jetzt? Du hast ihn ja schon gesehen, kamst du vergnügt aus dem Kino, warst du ja etwas enttäuscht? Du hast mir ja gesagt, dass du diese Aufzeichnung, also wir nehmen das knapp einen Monat vom deutschen Kinostart auf, gerne schnell hinter dich bringen möchtest. Vielleicht auch, weil du Angst hast, weil der Film so in Anführungszeichen nicht sagend ist, dass er vielleicht nicht so lange in den Synapsen hält. Oder wolltest du einfach nur gerne mit mir reden? Ja, ich will natürlich immer mit dir reden, lieberst du. Richtige Antwort, 100 Punkte. Dafür gibt es mir jede Ausrede recht. Aber ja, ich hatte das Gefühl, dass ich schnell darüber sprechen möchte, weil ich nicht weiß, wie lange ich dazu alles nicht erblassend in meinem Gehirn behalte. Der Film. Also er ist schon so, wie man sich vom Trailer her erahnen kann, hat aber kleine Nuancen gehabt, die mich überrascht haben. Also zum Beispiel eben, dass sie so eine starke Frauenfigur ist und nicht so ein typisches kleines Mädchen, was, keine Ahnung, sie ist ja auch eine super Erfahrung. Erfolgreiche Fondsmanagerin. Also sie will einfach nur da raus, weil sie eben Bock auf was anderes hat, was ich ja im Prinzip auch ziemlich geil finde. Dann dieser Max, für den sie scheint, der ihr Love Interest ist, da ist auch nicht ganz klar, was sich daraus entwickeln wird, weil sie eigentlich mit ihrem Freund eine ziemlich gute Beziehung hat. Und das fand ich auch dann interessant zu sehen, ja, wo will der Film denn jetzt hin? Weil es wird nie gezeigt, dass ihr Freund ein Arschloch ist oder sie irgendwie scheiße behandelt. Im Gegenteil, der unterstützt sie total eigentlich. Und das ist total, der feiert auch ihre Gesangserfolge, sag ich mal, die sie dann eventuell ja auch hat. Aber das ist, Entschuldigung, aber das ist wirklich interessant, weil jetzt nur ausgehend vom Trailer fand ich, dass mir der Trailer suggeriert hat, der Typ ist ein Arschloch. Und es ist gut, dass sie ihn verlässt. Interessant. Der Typ verlässt ihn ja nicht, genau. Sie bleibt ja mit ihm zusammen und er unterstützt sie da total. Okay, das hätte ich jetzt natürlich nicht gedacht. Wäre zu leicht gewesen. Wäre zu leicht gewesen, genau. Ja, okay, okay, okay. Und es ist auch schön, dass der Titel, ja, Falling for Figaro oder Verrückt nach Figaro eben ein bisschen doppeldeutig ist, weil es wird sehr gut gezeigt, wie sehr sie Musik berührt. Also schon bevor sie da nach Schottland abhaut, sitzt sie schon vor YouTube und hört einfach Opernsängerin zu. Oder sie sitzt in der Oper, da schläft ihr Freund halt ein, er teilt ihr Interesse halt nicht und ihre Leidenschaft. Das ist vielleicht ein Problem in Anführungsstrichen, aber er ist kein Arschloch zu ihr. Und man sieht richtig, wie es sie berührt. Sie sitzt weint davor mit gläsernen Augen, sie ist total verliebt und verrückt eben nach der Musik. Und deswegen konnte ich auch nachvollziehen, wo ihr Interesse an diesem Max herkommt, weil der eben recht gut singen kann. Und das ist auch alles, was für diesen Menschen spricht, denn da kann ich schon zu einer kleinen Kritik kommen an diesem Film. Uh, okay. Jetzt werden die Samthandschuhe ausgezogen. Okay, ja, hau raus. Was gibt es denn, was du beanstanden möchtest? So, Samthandschuhe sind ausgezogen. Und zwar, der Max wird gespielt von Hugh Skinner. Ich habe während des Films kam ich nicht drauf, woher ich den kannte, habe dann danach nachgesehen. Und zwar kannte ich den aus Fleabag. Das ist ja die tolle britische Serie, auch mit einer sehr starken Frauenrolle. Und er spielt da ihren sehr jammerlappigen Freund, der immer überdramatisch die Wohnung aufräumt, wenn sie ihn mal wieder verlässt, aber trotzdem immer zu ihr zurückgekrochen kommt. Und ich weiß nicht, ob ich das unterbewusst noch drin hatte, aber den Hugh Skinner, ich finde den so abstoßend irgendwie, also von seiner Aura her, weil er auch hier so diese Jammerlappen-Aura mitbringt. Und der guckt immer total leidend, als wäre er immer das Opfer. Das tut mir total leid für ihn, weil ich, also ich bin ja dafür, dass man Schwäche zeigt, aber der Mensch guckt immer so, als würde er, egal was du tust, dich dafür verantwortlich machen. Und das fand ich irgendwie, das fand ich ganz, da war ich ganz abgetörnt von diesem Typ. Konnte aber trotzdem, wie gesagt, um die Schleife zurückbringen, verstehen, warum sie sich in ihn verliebt, weil er eben wirklich eine schöne Gesangsstimme hat. Und die glaube ich nicht, bei beiden, es sind nicht ihre, sie singen nicht selbst. Okay, aber wie ist das jetzt mal, also sie geht ja zu dieser Musiklehrerin, gespielt von Jenna Lumley, die ist in Großbritannien relativ bekannte Schauspielerin, die könnte man kennen aus Absolute Fabulous unter anderem. Und die scheint mir ja auch so ein bisschen sehr krabitzig zu sein. Ist das ein Film, der so ein bisschen, ich nenne es mal so den DSTS-Weg geht, dass wir erstmal lachen darüber, wie schlecht sie singen und nach und nach werden sie besser? Oder sind die tatsächlich einigermaßen talentiert? Du hast schon gesagt, sie singen nicht selbst, das lässt darauf schließen, dass sie vermutlich dann im Film zumindest relativ gute Sänger sind. Ja, gut geschlussfolgert hast du. Also er ist seit fünf Jahren da Schüler und es wird angedeutet, dass er eigentlich technisch gut singen kann, dann ihm aber das gewisse Etwas fehlt. Das heißt, er kann technisch gut singen. Und bei ihr ist es ganz spannend, dass man die ganze Zeit nicht weiß, ob sie singen kann, bis sie dann bei ihrer Lehrerin ist. Also irgendwie 20 Minuten des Films oder 15 Minuten hat man irgendwie Angst, dass jetzt noch so ein humoristischer Twist kommt. Lois Foster Jenkins. Ah, ja genau. Dass sie eben da hinkommt und gar nicht singen kann, aber sie kann tatsächlich singen. Für mich als Laien war es, also sie ist ja da ein Jahr und sie macht da schon eine Entwicklung durch. Man erkennt diese Entwicklung schon, aber an manchen Stellen war es für mich als Laien schwer zu verstehen, welche Entwicklung sie durchgemacht haben. Also beide in dem Fall. Also es wird suggeriert, dass beide eine Entwicklung durchmachen und zumindest bei einer der zwei Figuren war mir das nicht klar genug dargestellt. Ich habe es nur verstanden, weil ich die Geschichte mir irgendwie es dadurch mit zusammengereimt habe, aber am Gesang selbst habe ich es nicht erkannt sozusagen. Aber sie singen beide gut, ja. Es ist nicht der SDS, wir machen es drüber lustig. Nee, die beiden können ernsthaft singen, sind beide leidenschaftlich dahinter. Also das ist nicht der Witz hier. Wie ist es denn jetzt, du hast schon gesagt, in diesem Dorf, wo sie beheimatet sind, gibt es einen Pub und zwei Häuser. Und es ist ja, es sieht oder es klingt schon sehr, ja so britisch-lokal-kolorit. Wird das gut genutzt? Fandst du das angenehm? Oder hättest du dir gerne auch ein bisschen mehr noch Umfeld gewünscht? Also weil ich nehme mal stark an, dass sie im Fokus steht, genau wie er und vielleicht noch die Gesangstärerin. Aber was ist mit den ganzen Personen drumherum? Sind das nur so Staffagenfiguren? Oder sind das durchaus auch Charaktere, die du auch im Laufe der Filmhandlung ein bisschen liebgewonnen hast? Ja, nee. Also zumindest der Besitzer des Pubs kriegt schon mehr Sprechrolle. Er kriegt auch eine kleine Hintergrundgeschichte. Liebgewinnen würde ich jetzt nicht sagen. Aber was interessant ist, ich habe den Film ja in der Originalversion gesehen. Und sie ist eine Amerikanerin, die in London wohnt, also spricht amerikanisches Englisch. Und wir kommen ja in dieses Pub, wo sie dann schottisches Englisch sprechen. Und das ist schon, also hast du den Trailer auf Deutsch oder Englisch gesehen? Ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Genau, also ich glaube, ich habe ihn auch kurz auf Deutsch gesehen. Da wird es natürlich nicht so gut nachgemacht mit diesem Schottisch. Aber im Original spricht der Pappbesitzer und alle, die da wohnen, natürlich so richtig schön uriges schottisches Englisch. Und das ist schon ganz schön. Also diese Gegenüberstellung von Stadtmaus und Landmaus wieder ganz klassisch von Amerikaner. Und Schotten ist da, das ist schon ganz nett gemacht, ja. Okay. Ich habe keine Fragen mehr. Ich kann gerne dir vorschlagen, dass du noch irgendwas sagen kannst aus deinem Fazit, wenn du irgendwas loswerden willst. Ansonsten können wir jetzt eine kleine Runde des Spiels spielen. Stu rät das Fazit. Oh, ich sage noch kurz was zu der Musik. Und zwar, die Musik ist ganz schön. Das ist auch schön berührend. Wir haben klassische Stücke wie Figaro, Barbier von Sevilla, Don Giovanni, La Traviata, Carmen natürlich, Romeo und Julia. Also die Musik ist ganz schön gemacht. Also man hört nicht nur sie singen, sondern auch andere, weil es ja eben auch um so einen Wettbewerb geht. Und das ist schon ganz nett, das zu sehen. Ja, das wollte ich nur noch kurz einwerfen. Aber dann hau mal raus. Was denkst du, was ich von diesem Film halte? Ich glaube, dass du insgesamt recht zufrieden warst. Dass es ein paar Sachen gab, die für dich nicht richtig funktioniert haben. Dass der Film aber in Gänze für dich wirklich eine ganz nette, vergnügliche Zeit war. Keine Zeit, an die du dich in drei Wochen noch irgendwie richtig zurückerinnerst. Aber es war eine schöne Zeit im Kino. Und du würdest den Film empfehlen. Aber wirkliche Spuren hinterlassen hat er nicht. Weder im Negativen noch im richtig Positiven. Ja, doch. Das könnte man so stehen lassen. Gut, das war unsere Sprechung zur Funktion. Ja, nur wie gesagt, die Hauptdarsteller hat mich einfach so genervt. Und es passieren auch am Ende Dinge, die haben mich auch total genervt. Das war so völlig nicht nachvollziehbar. Ich war so überrascht von diesem Film, weil ich dachte, ja, wo führt das denn jetzt hin? Sie hat ja einen Freund, der eigentlich ganz cool ist. Was macht der Film jetzt daraus? Kann der vielleicht mal nicht schwarz-weiß gehen? Also muss sie sich für einen von beiden entscheiden? Oder entsteht da vielleicht eine andere Dynamik? Und dann passiert am Ende irgendwas, wo ich nur dachte, oh mein Gott, wie schlecht ist das denn? Und das war leider dann gar nicht so cool. Es kommt dann noch ein Ende hintendran, was es dann ein bisschen okayer macht. Was aber nicht wiedergutmacht, was da, okay, jetzt habe ich mich völlig mit irgendwas gut machen, widersprochen. Auf jeden Fall ist es was kurz vor dem Ende, was passiert, was schrecklich ist. Und dann kommt noch ein Ende hintendran, was dann okay ist eigentlich. Okay, dann wollen wir mal versuchen, diesen Podcast mit einem eindeutigen Ende zum Ende zu führen. Und jetzt wird es schwierig, weil ich versuche jetzt das zu machen, was ich das letzte paar Mal immer abgelesen habe. Ich versuche es jetzt mal Freestyle zu machen. Also, wenn ihr euch für Joschi interessiert, und das sollte man, ich meine, ihr habt jetzt gehört, wie unglaublich toll und talentiert diese Frau ist. Ich singen kann. Und sie hat es versaut. Dann könnt ihr auf schlogger.de gehen. Oder aber, wenn ihr jetzt sagt, meine Güte, ich habe so viel Geld, ich würde gerne mein Geld nutzen, um etwas Schönes zu kaufen. Kein Problem. schloggershop.de, da könnt ihr ihre Bücher und Kalender und hoffentlich niemals Alben von ihr kaufen. Und außerdem, wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, dann tut mal einfach bei Instagram, Facebook und Twitter die Kombination englisches TH, also Tickle, The, mit Schlogger. Und dann findet ihr sie. Und dann könnt ihr sie dort mit Likes, Kommentaren und Herzchen überziehen. Und ich habe irgendwas vergessen, glaube ich. Oder war das jetzt konkret? Ja, du hast... Wenn du sagst, ist es schöner, aber... Ach nee, ich finde, du machst es großartig. Und apropos mit Likes überziehen. Wisst ihr denn, wen ihr auch noch mit Likes überziehen könnt? Und zwar... Eure Mutter. Melde euch mal wieder bei eurer Mutter. Melde euch bei eurer Mutter. Er braucht auch lieber. Genau, eure Mutter. Und Stu, dir kann man auch irgendwo folgen. Hast du gesagt, unter Stu4U kann man dir wo folgen? Genau. Ja, richtig. Bei Letterboxd habe ich einen kleinen Account. Da findet ihr alle meine Meinungen, die ich so abgegeben habe zu filmen. Einfach Letterboxd und dann STU und dann 4 und YOO. Stu4U. Da findet ihr auch alle Links zu irgendwelchen Sachen, die ich mache. Podcasts oder schriftlich. Und ich werde nichts singen. Das kann ich auch besprechen. Ja, und jetzt habt ihr ja gehört, wo ihr uns getrennt im Internet findet. Aber wo findet ihr uns denn zusammen? Und zwar nicht nur hier in diesem Podcast. Sondern mich und Stu oder auch Stu mit jemand anderem oder mich mit jemand anderem oder was weiß ich, welche Kombination auf tele-stammtisch.de. Da sind nämlich 100 Milliarden Besprechungen von anderen Filmen, Serien oder ganz anderen noch Besprechungskonzepten wie Trailerama oder wo einfach Trailer besprochen werden. Da werdet ihr mich ja nie finden, denn ich gucke keine Trailer, um mir den Film nicht zu versauen. Aber ganz viele andere Dinge auch. Und ihr könnt den Tele-Stammtisch auch überall dort finden, wo es Likes gibt. Zum Beispiel auf Instagram, YouTube. Kann man auf Spotify auch liken bestimmt. Da könnt ihr uns verfolgen. Ja, man kann überall liken. Genau. Und das könnt ihr auch gerne machen, wenn ihr uns gut findet. Und ich glaube, wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann findet ihr uns auch ganz gut. Oder? Stu, du hast das letzte Wort. Hau es raus. Okay, das letzte Wort. Warte, einfach zu sagen, wenn ihr jetzt dachtet, boah, das war jetzt aber ganz viel Info. Schade, dass ich das nicht noch wiederhöre. Kein Problem, es wird jetzt gleich nochmal eingeblendet. Und zwar professionell vorgelesen von unserem gottgleichen Chef Andi. Und das letzte Wort, das finale Wort dieser Besprechung lautet Schaukelstuhl. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.